Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Auch heute wieder kurz und kompakt in einem Video mit allen News des Tages. Das Ende von unserem langjährigen Hauptsponsor Gazprom war ja wichtig und richtig zugleich, aber natürlich auch finanziell ein großes Risiko für einen Schalker, wo natürlich auch dann viel Hilfe von anderen Seiten angeboten wurde. Und da gab es ja auch wohl ein Hilfsangebot von unserem ehemaligen Boss Clemens Tönnies und laut mehreren Medienberichten bot sich ja der frühere Aufsichtsratschef und langjährige Klubpatron als Geldgeber an, der keine konkrete Gegenleistung in Form eines zum Beispiel offiziellen Postens erwartete. So weit, so gut. Und laut eines Berichts von Sportbild ging es dabei sogar um den gleichen Betrag, den auch Gazprom in Zeiten der zweitiger Zugerigkeit an die Königsblauen zahlte, und zwar ungefähr 9 Millionen Euro. Dennoch lehnten unsere Verantwortlichen rund um unser neuer Vorstandschef Bernd Schröder dieses Angebot ab. Natürlich hätte Schalke das Geld wirklich gut gebrauchen können, jedoch habe der Klub große Diskussionen um eine Rückkehr von Tönnies gefürchtet, den natürlich ein Großteil von Fans sehr kritisch beäugt. Denn viele machen in den Fleischfabrikanten für den Niedergang von Schalke zumindest mit, teilweise sogar hauptverantwortlich, und es wäre wohl dann eben zu sehr, sehr emotionalen Diskussionen gekommen, zu viel Unruhe gekommen, die man auch Schalke unbedingt vermeiden wollte, denn aktuell zählt nur der sportliche Erfolg, in die Bundesliga zurückzukehren. Alles andere wird untergehaut, und auch deswegen hat man sich eben gegen dieses Angebot von Clemens Sönnies entschieden, hatte dann eben mit Viva West und Rewe zwei neue Sponsoren kurzfristig ins Boot holen können, und natürlich die Lücke so gut wie es geht zu schließen. Nach den beiden Siegen gegen Ingolstadt und Hannover 96 sind wir Schalke wieder mitten in dem Aufstiegsrennen und gerade mal einen Punkt entfernt von Tabellenplatz 3. Und stimmen die Berechnungen eines berühmten Statistikportals, muss das aber am Ende vielleicht auch das Ergebnis sein, dass wir im Relegation spielen gegen natürlich einen Bundesligisten. Seit Jahren ist der US-amerikanische Statistikseite fightthe8.com für seine Club-Soccer-Predictions, sprich eine Vorausberechnung in dem Fußball, bekannt. Auf der Basis zahlreicher statistischer Indikatoren und Kennzahlen berechnen die Statistiker des Portals einen Wert, anhand dessen sich die momentane Leistungsstärke einzelner Mannschaften heruntergebrochen und verallgemeinert ablesen lässt. Und dieser Soccer-Power-Index wird dann in Form gegossen und macht die einzelnen Teams eines Wettbewerbs miteinander vergleichbar. Und aus den jüngsten Publikationen der Supercomputer geht hervor, dass wir Schalker noch immer die dritthöchste Wahrscheinlichkeit vorweisen können, noch in die Bundesliga aufzusteigen. Bedeutet im Umkehrschluss, laut dem SPI werden die Gelsenkirchen, die es auch hinter dem SA Werder Bremen und St. Pauli auf dem Relegationsplatz beenden. Noch einmal, das sind einfach nur reine Statistiken. Und dann würden wir wohl auf Hertha BSC treffen, denn laut dem Portal würde Hertha 16. in der Bundesliga werden, Bielefeld 17. führt 18. Und dann gäbe es natürlich eine Mega-Relegation gegen Hertha BSC, wo extrem viel Spannung, extrem viel Fans natürlich auch mit dabei wären. Und das wäre natürlich schon wirklich der absolute Wahnsinn. Aber es ist eben auch nur eine von vielen Prognosen. Unsere Knappenschmiede genießt ja vor allem auch in Deutschland den legendären Ruf. Unzählige Stars haben ja im Nachwuchsleistungszentrum unserer Knappen den Weg unter Norbert Elgert begonnen. Und demnachher sind sie große Spieler geworden, wie natürlich Leroy Sané, Julian Draxler oder auch Manuel Neuer. Im aktuellen Kader von den Schalkern sind aber natürlich auch Spieler mit dabei, die eben noch nie in einem NLZ gespielt haben. Trotzdem gelang es ihnen aber, sich in der zweiten Bundesliga zu etablieren. Und deswegen hat auch mal die Watz Peter Knebel unseren Sportforscher darauf angesprochen, wie man eben dennoch solche Spieler finden kann, die vielleicht erst später den Sprung zu den Profis schaffen. Spieler der zweiten Bälle seien sie, meint Knebel. Dazu zählte am aktuellen Kader des Revierclubs Florian Flick, Blendy Idrissi wie auch Henning Matriciani auf. Denn sie kicken Nina im NLZ, einer von Profiverein. Flick spielte viele Jahre in der Jugend von Waldhof Mannheim. Idrissi stand zwar zwei Jahre im Kader der U19. des RSF zu Köln, kehrte aber zu Blau-Weiß-Friesdorf in die Mittelrhein-Liga zurück, bevor er über alle Manier Aachen und Fortuna Köln den Weg nach Gelsenkirchen fand. Matriciani erhielt ja seine fußballerische Ausbildung im SV Lippstadt 08. Knebel rät nämlich die Arbeit bei unterklassigen Klubs nicht zu unterschätzen. Die gute Arbeit und den Wert der Vereine wie beispielsweise Waldhof Mannheim, Fortuna Köln oder auch SV Lippstadt 08 muss man sehen und wertschätzen. Auch in den Spielen aus diesem Verein kann enorm viel Potenzial stecken. Und genau das ist entscheidend für Schalke 04. Denn damit sie eben nicht durchs Raster fallen, benötige man den Blick, die nötigen Strukturen und vor allem die notwendige Geduld. Es gebe nämlich einfach auch keinen Königsweg, um den Sprung in den Profifußball zu schaffen. Den Übergang vom Junioren in den Seniorenfußball müssen wir als wichtigsten Teil der Ausbildung begreifen. Und dieser verläuft immer individuell. Von großer Bedeutung sei nämlich die Verzahnung zwischen der knappen Schmiede und der Lizenzmannschaft, so Knebel. Wer in der U23 überzeugende Leistungen zeigt, kann und soll auch die Chance bekommen, sich bei den Profis zu beweisen. Und deswegen gehen wir Schalke eben auch einen etwas anderen Weg, eben nicht nur auf U19-Talente zu setzen, sondern eben auch auf Spiele, die vielleicht zwei, drei Jahre länger brauchen, dann erst mit Anfang 20 in den Profikader kommen. Nach der Partie gegen Hannover 690 hatte Simon Terodde verkündet, dass sich seinem Sommer-Auswahlvertrag automatisch um ein weiteres Jahr auf Schalke verlängert hat. Somit geht der Klub Liga unabhängig in eine zweite Saison mit dem Führungsspieler. Und dabei muss es gar nicht mal zwingend bleiben, denn Simon Terodde hat noch sehr viel vor. Gegenüber Sky sagt er nämlich, ich fühle mich topfit. Nach den Spielen gehört zwar etwas mehr Regeneration und auch Trainingsvorbereitung dazu, aber ich bin überzeugt davon, dass die beste Zeit noch kommt. Ich möchte noch vier oder fünf Jahre spielen, sagt der 34-Jährige. Also durchaus natürlich spannend, ob das wirklich so kommen wird. Er sieht auch so ein bisschen Zlatan Ibrahimovic als Vorbild. Und da bin ich echt mal gespannt, ob seine Zukunft dann wirklich die nächsten vier oder fünf Jahre auf Schalke liegt. Generell hat er sich aber auch nochmal dazu geäußert, dass der Sieg vor 55.000 Zuschauern ein ganz besonderes Erlebnis war. Er sagt, das war ein Riesenerlebnis. Auch zum Aufstiegskampf hat er sich geäußert. Uns erwarten auch heiße Spiele im Aufstiegskampf. Und da wird die Hütte hoffentlich brennen. Die zwei Siege zuletzt hatten gut und wir können die ländische Pause gut nutzen. Thomas Ovian kommt zurück, Andreas Winter und auch Danny Latza. Danach spielen wir hoffentlich mit voller Kapelle in den letzten sieben Spielen. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir gute Chancen haben. Wie gut die Chancen für Tyrodde sind, vier, fünf Jahre bei uns zu spielen, wird es sicherlich noch zeigen. Aber eine sehr, sehr interessante Ansage von ihm. Kui Takura hat sich mit Japan für die WM qualifiziert. Er stand gerade im Spiel gegen Australien 90 Minuten lang auf dem Platz. Und es gab ein 2 zu 0 Erfolg für seine Auswahl. Damit Glückwunsch an Kui Takura zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Mike Büskens soll ja uns Schalke als Interim-Coach zurück in die Bundesliga führen. Ein Engagement über den Sommer hinaus ist ja nicht geplant. Das wissen wir ja alle schon. Trotzdem haben wir uns einige Medien mal die Frage in den Raum gestellt, ob dann Mike Büskens vielleicht Trainer bleiben könnte. Über die Saison hinaus sollte man eben sportlich wirklich Erfolg haben. Erst einmal war Mike Büskens wirklich hin und her gerissen, ob er eben die Nachfolge von Gramozis zum Ende der Saison antreten sollte. Der 55-Jährige sagte ja Schalke zu, allerdings wirklich auch nur bis zum Sommer. So ist es vereinbart, erklärte Büskens, der im Anschluss wieder Stanz-Trainer wird. Ich hatte für mich eigentlich einen anderen Entschluss gefasst und den Posten meines Lebens gefunden. So der Eurofighter, der junge Spieler als Co-Trainer auf deren Weg begleiten möchte. Und somit hoffe ich auch, dass die Diskussion unabhängig vom sportlichen Erfolg gar nicht aufkommt. Denn Mike Büskens ist Co-Trainer auf Schalke. Das ist seine Rolle, die er haben möchte, die er die nächsten Jahre auch haben möchte. Und jetzt ist einfach mal eingesprungen. Ähnlich wie Altyp Stevens auch die letzten Jahre ja erst zweimal gemacht hat. Und deswegen sollte man auf jeden Fall nicht drüber diskutieren, ob man vielleicht doch mit ihm länger planen wird. Weil Mike Büskens will es erstmal gar nicht. Der Verein schaut sich nach einem neuen Trainer um. Also die Diskussionen werden hoffentlich einfach beiseite geschoben. Denn Mike Büskens ist ab Sommer wieder Co-Trainer. Unabhängig vom Aufstieg oder nicht. Die Stürmerthematik beschäftigt uns ja schon die gesamte Saison. Im Sommertransferfenster ging er Matthew Oppo kurz vor Schluss. Man wollte eigentlich ja noch einen Ersatz verpflichten. Das hat aber durch verschiedene Aspekte nicht mehr funktioniert. Und dann war ja eigentlich klar, dass im Winter ein neuer Stürmer kommt. Dazu ist es nicht gekommen. Auch bedingt dadurch, dass Marvin Pieringer und auch Darko Czolnov als doppelspitze vor Weihnachten ganz gut funktioniert haben. Und nun gab es auch die Vertragslängerung von Simon Trotte. Zudem wird Marvin Pieringer fest verpflichtet. Da ist natürlich die Frage, gibt es im Sommer einen neuen Stürmer für Schalke? Ja oder nein? Nein. Und die Antwort lautet, je nachdem in welche Liga man aufsteigt. Denn wenn der Aufstieg wohl gelingt, wird Schalke im Sturmzentrum nochmal nachlegen. Denkbar ist eine Doppelspitze von Tirode plus dem neuen Spieler alternativ auch Tirode als Top-Joker zu bringen, wenn eben Schalke Strafraumpräsenz benötigt. Fakt ist einfach nämlich, agiler und lauffreundiger wird Tirode in Zukunft wohl nicht mehr werden. Fähigkeiten, die vor allem in Liga 1 als Außenseiter gefragt sind. Wenn aber Königsblau eben nicht die Bundesliga-Rückkehr schafft, dann dürfte Tirode natürlich noch für eine weitere Saison der Top-Stürmer in Gelsenkirchen sein. Und Marvin Pieringer dahinter als entwicklungsfähiger Stürmer. Vielleicht aber dann gar kein Ersatz. Natürlich hängt das auch stark vom System ab. Und somit wird uns sicherlich das Stürmer-Thema noch etwas weiterhin beschäftigen. Aber auch das hängt wohl möglich noch am meisten davon ab, in welcher Liga wir in der neuen Saison spielen. Und das waren sie also, die Daily News vom FC Schalke 04. Schreibt eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf! An alle Schalker!